L.S. fragt Pete Smead. Würdet ihr auf einer einsamen Insel euer Lager am Strand, im Dschungel oder auf einem Berg der Insel aufschlagen? Also wenn ich auf einer einsamen Insel wäre, dann würde ich glaube ich wahrscheinlich am Strand eher lagern, weil man da vielleicht auch die Chance auf Fisch hat zumindest. Und man könnte mehr Wasser entsalzen, vielleicht über ein Palmenblatt mit Verdunstung. Aber ich würde natürlich trotzdem die Insel erforschen, um gerade Wasser zu kriegen. Ich glaube es macht tatsächlich am meisten Sinn es am Strand zu machen, einfach, also beziehungsweise so zwischen Strand und Dickicht, um naja halt ein bisschen Aufmerksamkeit zu kriegen im Zweifel, wenn jemand mit einem Schiff vorbeifährt oder sowas. Berg ist natürlich auch nicht so dumm, weil, naja keine Ahnung, Hochwasser, was weiß ich, und im Dschungel glaube ich würde ich es nicht unbedingt machen, weil da irgendwie Viecher sind. Es kommt ein bisschen darauf an, wie einsam diese Insel tatsächlich ist. Also wenn ich nicht komplett alleine bin, sondern da vielleicht Einheimische darauf warten, mich zu schlachten, dann würde ich nicht den Dschungel nehmen. Dann würde ich vielleicht sogar den Berg nehmen, einfach weil er glaube ich am besten zu verteidigen ist. Wenn allerdings das nicht der Fall ist, sondern vielleicht nur Tiere da leben, dann würde ich nicht den Berg nehmen, weil alles immer an Vorräten da hochzuschleppen und so, klingt nicht smart. Im Dschungel würde ich dann aber glaube ich auch nicht mein Lager aufschlagen. Höchstens vielleicht in den Bäumen, aber auch dann hast du wieder die Sachen irgendwo hintransportieren Problematik. In dem Fall fände ich Strand vielleicht schon wieder gar nicht so verkehrt, weil du hast auf der einen Seite den Ozean. Das heißt, Tiere kommen auch nicht dahin, um Wasser zu trinken oder sowas, weil es halt Salzwasser ist. Da kommt es dann also ein bisschen darauf an, wo ist die nächste Süßwasserquelle. Geht das das Lager am Strand, ist das nah genug an der nächsten Süßwasserquelle? Weil eine Süßwasserquelle ist sicherlich sinnvoll, aber auch gefährlich, weil dann halt wie gesagt potenziell Tiere da hängen und zwar vielleicht Tiere, die gefährlich für einen sind. Also da müsste man sich halt auch ein bisschen auskennen, wie gefährlich sind die Tiere dann? Deswegen sowas wie ein Baumhaus, klingt auch nicht so blöd, aber da könnte man dann halt Problematiken bekommen mit anderen Sachen. Je nachdem beispielsweise, vielleicht gibt es Affen, vielleicht gibt es aggressive, böse Affen. Die haben bestimmt keinen Bock auf den Strand, aber würden die im Baumhaus auf den Sack gehen. Weißt du, so und das sind so Sachen, da kann man gar nicht so eine einfache Antwort drauf finden. Also ich glaube grundsätzlich, so ein bisschen wie das bei Madagaskar ist, also diesem Film, diesen Animationsfilm, da haben die sich auch am Stranden versteckt gebaut. Also ich glaube am Strand, das ist schon gar nicht so unsmart. Also im Dschungel, da sind fiese Tiere, Schlangen und sowas. Auf dem Berg muss man erstmal hochkraxeln, hast kein Wasser da. Gut, am Strand hast du jetzt auch nicht unbedingt direkt Frischwasser. Aber ich glaube, da sind am wenigsten Sachen, die mich töten wollen. Also sowas wie Schlangen habe ich jetzt noch nicht unbedingt am Strand gesehen. Sowas wie Krebse, damit kann ich leben. Also und Eingeborene werden da jetzt auch nicht rumlaufen, wie bei anderen Spielen, die einen dann abmetzeln wollen. Also ich glaube am Strand ist am sichersten. Untertitelung des ZDF, 2020